Es gibt neue Entwicklungen in Sachen Reisewarnungen. In der letzten Zeit sind ja diese Reisewarnungen sehr munter innerhalb von Europa verteilt worden. Österreich hat Reisewarnungen ausgesprochen, in der letzten Zeit vor allem Reisewarnungen gegen Österreich, bestimmte Regionen wie Vorarlberg oder auch Wien und nun ist es soweit, nun spricht Österreich in Gestalt des Außenministeriums erneut Reisewarnungen aus. Ganz konkret geht es um Tschechien, um die Region Prag, also Prag und die umgebende Region, sind von dieser neuen Reisewarnung betroffen. Weiters die französischen Regionen Provence, Alpe de Côte d'Azur und die Region Ile de Fraus. Die Reisewarnung erstreckt sich auch auf ganze Länder, zum Teil über den Ozean hinweg, nämlich Andorra, Argentinien, Bahrain, Costa Rica, Israel, Kuwait und Maledivien. Schweden, die Reisewarnung für Schweden wird aufgehoben, also an dieser Stelle eine gute Nachricht, das Reisen nach Schweden, das wird für Österreicherinnen und Österreicher leichter und auch in Portugal, da ist die Reisewarnung aufgehoben worden und beschränkt sich nun ausschließlich auf die Regionen Lissabon und die Region Norte. Also für diese beiden Regionen gibt es nach wie vor eine aufrechte Reisewarnung in Portugal, sonst ist Portugal nicht betroffen. Das sind soweit die neuesten letzten Entwicklungen in Sachen Reisewarnungen direkt aus dem Außenministerium.